Die Mond ist aufgegangen, die schwarze Sterle brangen am dunklen Himmelszelt. Hallo! Schaust du das an, das ist Alien Auge. Wo ist deine Gruft? Wo ist deine Gruft? Nein, oder? Arunka! 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 Die Menschen sind so dämlich! Nochmal! Wurrgfugt! Hier haben wir Conchita Wurst in Weiß. Du Arsch! Mach die Hände zu Fratzen! Morgen ist wieder weiter mit Töten? Ja, so ist es. Verwegen! Voll zu! Voll zu! Disco, 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 Disco! Wir grüßen alle Kutschaften vom Friseur ***. Das wird rausgeschritten. Was? Bitte? Nein, nichts. Dass sie zum Friseur *** kommen, okay? Das wird rausgeschritten. Lehrling im ersten Lehrjahr, Lehrling im dritten Lehrjahr. Das ist Ali Vulgo Arunka. I was sitting in my front porch. Grab a beer and fuck her right in a pussy. Martin! So, voll aus, Jungs! Okay, warte nur mehr. Drei, zwei, eins. Ja! Juhu! Wenn ihr sowas seht auf der anderen Straßenseite. Wie Klafen! Voll geil! Seht ihr mich immer? Ah, jetzt! Sehr! Fresse! Wo ist der Schaß? Wo brauchst du denn? Ja, ich brauch nur den Schaß. Das ist ja total geil. Es schaut sich alle gleich aus. Die Möltaler-Burm. Die Möltaler haben jeder für euch eine besondere Message. Das frühe Vögeln entspannt den Wurm. Ich würd daheim sagen, da müsstest du. Aber sonst bist du kein Möltaler. Bist du eine Möltaler-Maschine, bist du keine, bist du hin. Ja, sonst hat's doch. Gell, Mann! Satan tätet nur die, die Satan nicht mögen. Das ist so brutal. Es geht nach Volos. Ich schwör. Das ist echt schnell. Das ist eine Läserung. Auf dem Schausten oder? Auf dem Schausten. Auf dem Schausten. Heilige Staude. Die Heilige Staude. Die Heilige Staude. Berühre die Staude! Kommt! Berühre die Staude! Berühre die Staude! Das ist doch eine Worte!